Welche Himmelsrichtung gibt es und woher weiß ich in welcher Reihenfolge sie sich befinden? Die vier Haupthimmelsrichtungen heißen Norden, Osten, Süden und Westen. Norden ist oben, Süden ist direkt darunter. Doch wie kann ich mir merken, auf welcher Seite Osten oder Westen ist? Man stellt sich nun einfach die Frage, wo? Und man hat sich die Frage somit selber beantwortet. Es gibt allerdings auch zwei Merksprüche. Der erste wäre, und dabei geht man im Uhrzeigersinn, nie ohne Seife waschen. Und der zweite lautet, im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen und im Norden ist sie nie zu sehen. Himmelsrichtung an Uhr und Sonne ablesen Ich zeige euch, wie ihr mit einer Armbanduhr und der Sonne die Himmelsrichtung bestimmen könnt. Dazu braucht ihr, werdet ihr das gedacht, eine Armbanduhr und den Stand der Sonne. Wichtig dabei ist, dass die Uhr auf Winterzeit eingestellt ist. Das bedeutet, dass ihr im Sommer die Uhr eine Stunde zurückstellen müsst. Jetzt ist es wichtig zu wissen, ob es Vor- oder Nachmittag ist. Warum? Erzähle ich euch später. Ich zeige euch nun zwei Beispiele und erkläre danach, warum das wichtig ist. Beispiel Vormittag Wir haben es nun kurz nach 9 Uhr. Der Stundenzeiger wird nun auf die Sonne gerichtet. Wir denken uns einen Strich auf die 12. Nun haben wir eine Fläche zwischen 9 und 12 Uhr. Süden ist genau auf der Hälfte dieser Fläche. Beispiel Nachmittag Wir haben es nun kurz vor 14 Uhr. Der Stundenzeiger wird nun auf die Sonne gerichtet. Wir denken uns einen Strich auf die 12. Nun haben wir eine Fläche zwischen 12 und 14 Uhr. Süden ist genau auf der Hälfte dieser Fläche. Was ist nun anders zwischen Vor- und Nachmittag? Vormittag halbiert man vor der 12 und Nachmittag nach der 12. Das ist das Einzige, was ihr beachten müsst. Sonnenstand bei Bewölkung Wenn keine Sonne zu sehen ist, weil es bewölkt ist, nehmen wir einen weißen Untergrund. Wir legen ihn flach auf den Boden und stecken einen geraden Stab hindurch. Man wird einen leichten Schatten sehen und man weiß nun, woher die Sonne kommt und auf, wohin man die Zeige richten muss. Und was mache ich in der Nacht? Polarstern Zur Orientierung gibt es auch den Polarstern, auch Nordstern genannt. Dieser Stern zeigt immer nach Norden. Auf diesem Punkt zeigt immer die Drehachse der Erde und deswegen sieht es so aus, als würde sich der Sternenhimmel um diesen einen Punkt drehen. Um die Position des Polarsterns zu finden, muss man das Sternbild großer Wagen suchen. Dort wird die Strecke der hinteren beiden Sterne um ein bisschen mehr als das Fünffache verlängert. Am Ende der Verlängerung ist der Polarstern, der auch gleichzeitig der Anfangstern vom kleinen Wagen ist. Sollte man die Sternbilder nicht finden, so sollte man den Sternenhimmel für einen längeren Zeitraum beobachten. Auch so findet man den Punkt, um den sich der Sternenhimmel zu drehen scheint. Vollmond Bei Vollmond steht der Mond der Sonne direkt gegenüber. Gegen Mitternacht steht er also im Süden. Himmelsrichtung am Mond feststellen Diese Methode ist ziemlich ungenau, aber wenn man unterwegs ist und nichts anderes hat, kann man seine Richtung so grob halten. Bei dieser Methode müsst ihr etwas rechnen. Ihr braucht zwei Hände, den Mond und eine Armbanduhr auf Winterzeit eingestellt natürlich. Um diese Methode ausführen zu können, braucht ihr folgendes Grundwissen. Dieser Mond ist ein zunehmender Mond. Während dieser Mond ein abnehmender Mond ist. Es gibt noch andere Arten festzustellen, ob es sich um einen abnehmenden oder zunehmenden Mond handelt. Ich werde euch eine Art erklären. Nun braucht ihr eure Hände. Ballt eine Faust und spreizt den Daumen und den Zeigefinger ab. Nun erhebt eure Hand zum Mond. Wenn sich die Form des Mondes der rechten Hand ähnelt, habt ihr einen zunehmenden Mond. Ähnelt die Form des Mondes der linken Hand. So handelt es sich um einen abnehmenden Mond. Also müsst ihr euch nun merken. Rechte Hand bedeutet zunehmender Mond und linke Hand bedeutet abnehmender Mond. Warum das so wichtig ist, dazu kommen wir gleich. Nun müssen wir in Zwölfteln bestimmen, wie viel von dem Mond leuchtet. Ein Halbmond wären 6 Zwölftel und der Vollmond wären natürlich 12 Zwölftel. Aber diesen Mond hier habe ich auf 3 Zwölftel eingeschätzt. Jetzt brauchen wir die aktuelle Uhrzeit. In diesem Beispiel ist es gerade 23 Uhr. Kommen wir nun zur Rechnung. Wir nehmen die Zahl über den Bruchstrich. Und nun brauchen wir ein Rechenzeichen. Aber welches nehmen wir denn nun? Plus oder Minus? Um das festzustellen, nehmen wir den Trick, den ich euch gerade gezeigt habe, um herauszufinden, ob es sich um einen zunehmenden oder abnehmenden Mond handelt. Ähnelt der Mond der rechten Hand, so haben wir einen zunehmenden Mond. Das würde bedeuten, dass unser Rechenzeichen ein Minus ist. Ähnelt der Mond der linken Hand, so haben wir einen abnehmenden Mond. Das würde bedeuten, dass unser Rechenzeichen ein Plus wird. Zurück zu unserem Beispiel. Unser Mond ähnelt der rechten Hand, also handelt es sich hierbei um einen zunehmenden Mond. Unser Rechenzeichen ist also ein Minus. Nun übertragen wir noch die Uhrzeit. Das Ergebnis ist die Uhrzeit, an der die Sonne an der Stelle des Mondes nun stehen würde. Nun könnt ihr mit dem Uhrtrick, von vorhin, die Himmelsrichtung grob bestimmen. Gibt es sonst noch Möglichkeiten, die Himmelsrichtung festzustellen? Satellitenschüssel. In Städten reicht häufig ein Blick auf die Satellitenschüssel. Diese sind meistens alle nach Süden ausgerichtet. Wetterseite. Die moosbewackene Seite eines alleinstehenden Baumes nennt man auch Wetterseite. Diese befindet sich immer im Bereich von Nordwesten bis Norden. Die Fehlerquote ist hier aber extrem hoch. Allgemeiner Hinweis. Diese Methoden zum Himmelsrichtung feststellen, dienen nur der groben Orientierung. Sie geben keinesfalls hundertprozentig die richtige Himmelsrichtung. Außerdem sind die Methoden nur für die Nordhalbkugel bzw. für Deutschland gängig. Solltet ihr im Gelände unterwegs sein und auf die Himmelsrichtung angewiesen sein, so nimmt bitte immer einen zweiten Kompass mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017